was geht leute mein name lautet dennis 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 denn Musik so ultra geil wird, ja die ist verdammt nochmal die beste Musik die ich jemals in meinem Leben gehört habe, zwar nix im Vergleich zu Level 1, aber ist doch scheißegal, das braucht gar nicht so viel, manchmal drücke ich gar nicht den springen Knopf, gleich geht es wieder los, ja dann haben wir wieder, ultra Spaß, wenn die geile Musik endlich beginnt, erstmal muss ich mich an das Level gewinnen. Ich bin sogar ziemlich weit, Alter, spring, 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 ich glaube ich sollte nicht so sehr rumzappeln, denn das macht mir nur alles kaputt, ich werde mich mehr konzentrieren müssen und dann meinen Fernseher umdrehen müssen, ich bin die einzige Person, die müssen auf, müssen sein, ja ich bin ziemlich dumm, das kann jeder von euch überzeugen, tut es aber niemand, weil jeder mich liebt und jeder so sein will wie ich. Oh, ah, ich würde schon ganz stark behaupten, dass wenn ich level zwei Staffel, dann bin ich der beste Spieler, ever Deutschland, ja von jedem der beste ever, und gleich geht es wieder los ohne zappeln. Oh, Danny, wieso zappelst du immer so rum? Ich weiß es nicht. Oh, Konstitution, ich bin der beste. Ich bin mir sicher, dass ich in diesem Versuch jetzt, Level zwei durchspielen werde, auch wenn es ziemlich utopisch klingt, ist es aber gar nicht so wirklich, denn in diesem Versuch werde ich es jetzt schaffen, ich bin mir ziemlich sogar sehr, sehr sicher, und ich denke, ihr seid euch auch sicher. Keine Panik auf der Titanic, diesen Spruch bringe ich so auf, weil ich keine Ahnung habe, wie man deutsch spricht, ich weiß nur, was Sex heißt, aber Sex ist ja sogar international, jeder weiß, was Sex heißt, aber ich weiß ganz genau, was Sex heißt, jeder von euch was war, b-b-b-b, yeah, ah, ah, ah. Ich bin wieder da, Leute, ich bin wieder da, ich bin wieder, ich bin wieder, ich bin wieder da, jetzt geht's richtig ab, ja, man, ich hab gleich ein Nickerschen, ein Nickerschen gehalten, jetzt bin ich mit, jetzt werde ich es schaffen, ja, ich kann es euch sagen. Ich werde nichts versprechen, weil ich nicht weiß, ob ich richtig liege, aber ich denke schon, verdammt, wieso muss ich denn mein Fernseher? Ich hatte in meinem Leben schon so viele Nachbarn, die meisten von denen waren ziemlich bekloppt, das gleiche könnte man von mir natürlich auch sagen, allerdings bin ich ganz normal, das kann jeder von euch bezeugen und bezeugt es, bezeugt es, bezeugt es, bezeugt es jetzt, ich kann es schaffen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es drauf habe, ja, man, ich bin so weit gekommen, wie ich noch nie gekommen bin, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass... Mein Fernseher gerade auf Droge ist, er weiß nicht, um was es geht, wieso sehe ich alle Spiegel verkehrt rum, ich wüsste gerade, ob mein Fernseher auf Drogen ist, ich denke schon, der Fernseher ist ziemlich alt, er hat gar keinen Bock mehr auf sein Leben, keine Sorge, Fernseher, ich werde auf dich aufpassen, und wenn du zu alt bist, werde ich dich vergrabben, dann stehst du vor meiner... Mr. Fernseher, wir haben schon so viel erlebt, in unserem Leben und in unserem vorigeren Leben, ja, wir hatten so viel Spaß gemeinsam, jetzt werde ich es schaffen und dir zeigen, Mr. Fernseher... Wir waren wandern, wir waren eigentlich überall, wir hatten so viel Spaß, wie ich mit niemandem hatte, ich weiß, du bist nur ein Gerät und kannst ja gar nicht sprechen, das macht aber gar... Das macht aber gar nichts, denn du bist ein bestes Gerät, das beste Gerät, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, es macht so Spaß mit dir zu spielen, wir können jetzt zusammen... Ich liebe deine Muskeln, ich liebe deine Muskeln auch, ja, man, verdammte Scheiße, nicht springen, 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 nicht 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 springen, springen, nicht springen, nicht springen, nicht springen... Die Tage vergingen so schnell, du wurdest immer älter und langsam merke ich, du gibst den Geist auf, ich habe dich schon mehrmals betrogen, ich muss es zugeben, es war so, ich hab ein 46 Zoller gesehen, und mit deinen 22... Du mit deinem 22 Zoll warst mir nicht groß genug, ich wollte einen größeren haben, damit ich weiß, wie sich eine Frau fühlt, oh burn! Eine Frau muss ich aber ziemlich scheiße fühlen, wieso will sie denn immer den größten haben? Ich kann doch nichts dafür, wenn meiner nicht in alle Frauen reinpasst, dann kann ich nur die Hälfte damit Spaß haben, das war kein Deutsch, aber ist doch scheißegal... Mein Penis ist der größte und der größte, das liegt daran, weil ich damals schwarz war... Und mir ein Beispiel an Michael Jackson genommen habe... Michael Jackson war ein richtig guter Sänger, es hat so Spaß gemacht, ihn zuzuhören... Ich war auf allen seinen Live-Shows natürlich nicht, ich konnte es mir nicht leisten und endlich, 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 endlich... Oh, endlich konzentriere dich, konzentriere dich, jetzt konzentriere dich, jetzt konzentriere dich, nicht springen, nicht springen... Ich weiß noch, als ich damals schwarz war... 1946, da war ich noch schwarz, da wurden wir noch diskriminiert, ich hab mich entschieden weiß zu werden, dafür hab ich den längsten von uns allen... Ihr könnt euch ficken gehen, denn ich hole meine Weiber... Alle stehen auf mich und meinen Penis, alle wollen mich und lieben mich und heiraten mich... Ja, jetzt geht's endlich richtig wieder ab... Oh mein Gott, Danny, konzentriere dich, jetzt... Du kannst es schaffen, wenn du nur alles steifelst... Haltet alles steif, jeder Einzelne... Es spielt ja keine Rolle, wer zuguckt... Selbst wenn es irgendwelche Mütter sind, die dürfen auch zugucken... Ja, die Arven... Mütter dürfen meine Videos natürlich auch gucken... Sagt allen euren Müttern Bescheid... Es gibt einen Typ namens Danny da draußen... Der liebt euch alle... Ja, ihr seid die Besten... Ich liebe eure Muskeln, müsst ihr dann mir ihnen sagen... Sie stehen drauf, wenn man ihre Muskeln liebt... Frauen haben normalerweise gar keine Muskeln... Aber meine Nachbarin schon... Meine Nachbarin hat übelste Muskeln, yeah... Meine Nachbarin ist die übelst muskulöse... Wahrscheinlich hört sie das jetzt und ruft gleich die... Polizei, aber das ist mir vollkommen egal... Die Polizei verkauft mir täglich Drogen... Oh ja, es macht so Spaß mit der Polizei in Kontakt... Die Leute lassen die Likes fallen wie... Ein Wasserfall und das war ne geile... Betapa! Ich kann sehen, dass hier alles steifelt... Ja, ich weiß es... Ganz genau, ihr seid die Steifsten der Steifsten Menschen... Ihr seid so steif, dass keine Steifigkeit... Mit euch besteifen kann, yeah... Das war kein richtiges Deutsch... Aber ich kann noch nicht mal richtig Deutsch... Und ich bin der beste Rapper... Ohne richtige... Du studierst Jura und ich studier Bitches... Das ist jetzt der allerletzte Versuch... Das ist jetzt der allerletzte Versuch... Ja, jetzt können wir es schaffen... Ich werde es euch versprechen nicht... Natürlich verspreche ich euch nichts... Wenn ich es euch gar nicht richtig versprechen kann... Denn ich bin ich... So, ich bedanke mich fürs Zuhören... Und wenn es dir gefallen hat... Dann gib doch einfach dem Video einen Daumen nach oben... Damit unterstützt du mich mehr als du nur denkst... Außerdem schreibt in die Kommentare... Wie lange es dauern wird... Bis ich Level 2 beende... Und ganz wichtig... Wenn du das Video bis jetzt geschaut hast... Vergesse nicht... Meinen Kanal zu abonnieren... Damit du nie wieder... Was in Zukunft verpasst... Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören... Und sage nur noch... Drei... Zwei...